Verstehen? Hab ihn, alles gut, kannst weiter machen. Ich ziehe gerade um und so weiter und so fort, aber das soll euch nicht stören, Leute, wir wünschen jetzt erstmal viel Spaß und schauen wir mal rein. Links, links, vor uns. Ich kann nicht, ich seh's, ich seh's. Hab ihn. Digga, das war jetzt... Schon zwei Kills gemacht mit dem Ding hier. Warte, gleich noch mehr. Geh mal, dreh dich mal ein bisschen nach links noch, wenn's geht. Vor uns ist einer, komm mal auf die Minimap. Ah, hinter uns, hinter uns. Kann ich nichts machen. Ich hab ihn getroffen und wir... Warte mal, eff... Jetzt, direkt vor uns. Perfekt. Perfekt. Die Granate, meinst du, die ist gefährlich? Nö. Hinter uns, rechts noch. Rechts von uns. Vor uns ist einer. Direkt vor uns jetzt. Direkt vor uns. Oh, geil, wie das Ding abgeht, Alter. Wollen wir aussteigen? Nee. Doch, rechts von uns, rechts von uns. Ja, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir raus. Ich hol den noch, jetzt geh ich raus. Geil, Digga, ich hab einfach sechs Kills mit dem Ding gemacht. Ich smoke, ich smoke. Du belebst. Markier wieder B dann. Lass uns auf unsere Freunde warten, wir sind irgendwie ganz schön wenig da. Ich helfe dir! Ich helfe dir! Da sind noch einige. Auf der anderen Seite. Hier vor uns. Ich wurde gekillt. Der kommt mit einer STG-44 direkt an der Flagge. Ab ihn. Sehr schön. Oh. Oh, ey, wirklich? Da unten ist noch einer. Fuck! Da unten kommen sie wieder hoch, ha? Der lag da, ich hab den ewig gesehen. Digga, ich hab Platz 1, Alter. 7-0 gehabt. Und dann, Junge, und dann hatte ich keine richtige Waffe zum Schießen und dann hatte ich irgendwann die Pistol und hab zwei Schüsse daneben gehauen. Alter, aber unser Team, was machen die denn? Ich verstehe auch nicht. Wo sind die denn? Ich meine, wir haben... Machen wir einfach nochmal. Wir haben ein ganz B eingenommen eigentlich. Das kannst du nochmal machen. Ok, let's go. So, da kann ich jetzt auch nicht ausstecken. Weg vor uns. Ist da jemand? Ach, da. Ja, Junge. Hab ihn. Der leuchtet richtig. Da ist sogar noch einer. Warte, warte, da ist noch einer. Willst du ausstecken und den Weckerbleiben, den einen? Ja. Ist auch eigentlich alles. Ne, da wird's schon geholt. Warte, warte, bleib stehen. Dann sind viele. Fuck. Dann kann ich nichts überhitzen. Fahr mal ein bisschen rein. Ja, lass ruhig reinfahren. Ich kann noch mal rechts ein bisschen mehr sehen als links. Fuck. Boah, Mann, was ist denn das hier? Okay. Nichts tun da rein. Oh, in dem Brauch ist immer... Einen Roadkill hab ich gemacht. Wirklich? Fahr nochmal rückwärts raus. Genau. Dreh dich mal ein bisschen nach rechts. 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 Warte. Warte. What the fuck? Raus da. Raus da. Weil ich hab 13 Kills gemacht in dem Ding. Rechts. Rechts vor uns. Ich hab noch einen. Wollen wir raussteigen? Ne, bleib mal kurz sitzen. Ich versuch zu operieren. Schieß einfach auf das was geht, wenn wir noch ein Treffer gegen... Digga, was ist da los? Mach mal Kier mal, mach mal Kier bewusst. Ich mach weh. Das ist wie Mauchenhuhn schießen, Digga. Ich hab 18-1, Alter. Rechts von uns, hinterm Flugzeug. Warte, ich muss mal gucken. Nee, der ist da unten. Oh fuck, meine Gun überhitzt. Ich muss warten, bis der Rauch weg ist. Ich wusste gar nicht, dass man in dem Ding so viele Kills machen kann, ne? Das ist eigentlich richtig gut hier auf dem... Das ist voll stark, das Ding, Alter. Einfach stehen bleiben, Digga. Hier haben wir so eine gute Einsicht. Können wir so gut unterstützen. Können gleich noch ein Stückchen vorfahren, aber erstmal warten, bis der Rauch weg ist. Ja, krieg ich den noch. Ich fahr mal ein bisschen anders drauf, oder? Ja, ein bisschen kannst du die Position verändern. Würde ich sagen, ja. Links, links ist einer? Das ist noch einer, ja. Ich seh den ja. Ich treff den nicht richtig. Okay, fahr ein Stückchen rein, würd ich sagen. So von rechts rauf, genau, ja. So, 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 gut. Genau da. Und ja, kannst du nochmal stehen bleiben, eigentlich? Erstmal gucken. Sieht aber gut aus. Jetzt können wir eigentlich richtig reinfahren, glaub ich. Bringt am meisten. Sehr schön, Alter. Sehr, 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 geil. Ich seh grad gar nichts. Ey, bless you. Perfekt, kam den Sektor. Nice, sehr gut. Links oben auf dem Werk ist ein Sniperlicht. Da hinten. Ich seh da hinten auch noch ein Sniper. Da ist auch noch einer. Von weiten Entfernungen ist es dann doch ein bisschen schwieriger, tatsächlich. Warte, bleib mal stehen. Da ist auch noch einer. Einige sind hier noch. Ich kill zwar manchmal, aber meistens treff ich sie dann nur noch. Da hinten sind halt auch noch welche. Jetzt seh ich auch nicht mehr. Ja, ich musste uns mal ein bisschen smoken. Kannst du Smoke mit dem Wagen machen? Nee, ich bin ausgestiegen. Achso. Das wär dann doch ein bisschen OP. Okay, da sind sie wieder auf dem Berg und so. Warte mal, ich repariere uns noch komplett. Warte mal, ich repariere uns noch komplett. De, De, warte. Bleib mal stehen so, genau. Genau. Genau, nerv mal die Sniper. Ich treff die nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch schieße oder zu tief. Ich seh nur die Schüsse, die da zu den so roten Zierack fliegen. Ich mach jetzt mal mit, Digga. Ich setz mich jetzt mal. Ja, setz dich mal vorne rein. Da sind aber Sniper, musst du ein bisschen aufpassen. Boah, die kommen von da oben auch alle, ne? Pass auf, da ist ein Sniper wieder. Der guckt dich gleich an. Von da. Ja. Öfft hin? Ja, solange man die schießt, dann trauen sie es nicht. Einen hab ich, einen hab ich sogar. Hehe. Ich fahr mal ein bisschen näher ran. Hm. Ja, ein bisschen näher ran muss. Weil irgendwie reicht die Gun nicht ganz so nah, find ich. Oder? Nee. Erst mal ein Zippel da nehmen. So. Okay, jetzt, let's go. Sorry, ich steig jetzt nicht aus wie die Leute hier. Mhm. Oh, pass auf, hinter uns. Links, äh, rückwärts fahren meine ich. Ja, rechts vor uns, ne? Ja, links sind links eigentlich, aber ja. Jetzt vor uns. Hab ihn. Steigt mal aus. Ja, kannst du mal. Kannst du mal. Da ist einer mit dem Raketenwerfer. Da sind noch vor uns welche. Wir müssen jetzt abkommen gleich. Vor uns, direkt. Hab ihn. Perfekt. Wir brennen auch. Öh, alles gut. Wieder repariert. Sehr schön. Na dann weiter geht's. Oh, geil, der. Oh, fucking Beifahrer bei dem Ding. Direkt vor uns? Ja, ich seh's. Der versteckt sich, der bleibt einfach so stehen. Dahinten ist auch noch einer. Oh, shit. Alles gut. Ich seh jetzt nichts mehr so viel, von dem Winkel her. Bleib hier stehen so, ist gut. Ich seh halt leider nichts durch die Flammen gerade, aber... Gleich sind die Flammen weg. Jo. Weg. Rechts oben auf dem Berg sind ganz viele. Ich seh's. Okay, perfekt. Warte, bleib stehen. Egal. Da ist noch der Sniper. Wo bin ich denn? Oben auf dem Berg auch noch. Markieren wir nochmal B, dann kriegen wir noch ein paar Punkte. Kannst du noch ein Stückchen nach vorne fahren? Ja, so ist perfekt. So kann ich auch den Berg gucken. Ja, ich dachte wir wollen jetzt auf A drauf. Ja, lass auf A. Uff A, uff A. Und vorwärts gegangen. Die Karre, Alter, schmiert hier gleich ab. Rechts vor uns bleib, fahr nach rechts Walli. Guck nach rechts, meine ich. Hier sind ganz viele jetzt gleich. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen da hochfahren, über die Kante, wenn das geht. Ja, ich weiß. Dann muss ich noch ein bisschen weiter nach links. Aber geht das? Kann man da... Ja, oder fahr von links ran, ja nicht geradeaus zu. Müssen wir nur aufpassen, weil jetzt zeigen wir grad den Rücken zu. Aber wir haben jemanden, der oben drin ist, also. Eins rechts genommen. Sehr schön. Sehr schön. Und hier können wir eigentlich erstmal stehen bleiben. Ja, hier sind wir halt völlig auf offener Flur. Ja, also noch näher ran ist halt aber auch blöd, oder? Vielleicht hast du aber auch recht. Vielleicht ist es besser dann doch rüber ranzufahren. Wenn die... Wenn unsere Mates rüber laufen, dann fahren wir rein, okay? Von rechts kommt irgendwie noch was, glaube ich. Ja, lass gleich reinfahren. Da oben bei A, auf der Flagge, da oben. War gerade einer, hier. Ich seh sie. Weg von uns. Oh, rechts von uns. Rechts war das. Da ist einer, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja. Ich hab ihn. Sehr gut. Lass erst reparieren und dann rein. Von links kriegen wir auf die Fresse. Mal kurz zurück. Ja, links sind auch Snipern, ne? Links... Ach, da hinten, ja! Jürgenberg. Jürgenberg. Oh, wir sind jetzt alleine hier gerade. Der rechts kommt einer. Der rechts, fahr rückwärts. Ich hab ihn. Ist gut. Rechts sind noch ganz viele. Jetzt, hier, direkt vor uns. Noch einer. Oh, der steht vor mir, der Typ. Der hat mich gedockt. Ja, 29,1. Ich hab 5,1 und bin damit Sechster. Geil, Digga. Da ist nochmal ein Auto. So. Bauen sie bei mir? Hm. Machen wir die ganze Zeit das auch nochmal, ja? Perfekt. Wegen dem Idiot hab ich jetzt gestoppt. Lass mal Tank da. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Na egal, ich steig aus. Wir verlieren die Runde aber, wa? Ja. Leider. Achso, hol doch nen Tank, genau. Nee, geht nicht. Dann hol nen Sektor Artillerie einfach. Dann holst du noch ein paar Kills. Würde ich sagen. Ja. Oh fuck. AP Mine? Ernsthaft? Boah, ich muss hier raus, die Sektor Artillerie. Mhm. Ich hab ein Geschenk mit dir! Ich blute! Helf dir! Da bist du ja wieder! Ich konnte bereit zu sehen, die Sektorin zu kommen! Boah, diese Sektor Artillerie, Alter. Ich schicke da jetzt nicht mehr raus. Ich schicke da jetzt nicht mehr raus. Fuck! Ich hab' ich wieder erlebt. Ich hab' ich wieder erlebt. Von euch? Hey, von der Sektor Artillerie unter nem Hausdach. Ja, ich weiß. Das schauen wir auch nicht mehr. Kann uns aber abfahren. Ja, das haben wir eh verloren. Beim 31-2-Gameplay. Digga. 31-3 leider.